Willkommen zur heutigen Landesmedienkonferenz. Benvenuti alla conferenza stampa odierna. Am 16. März fand hier im Pressesaal des Landes Südtirol die erste virtuelle Landesmedienkonferenz zum Thema Coronavirus und Covid-19 statt. Heute ist es die letzte mit Fixtermin. Seither haben wir 43 Mal, zuerst täglich, dann zweimal die Woche, über Entwicklungen, Vorschriften und Regelungen, über Hilfsmaßnahmen und Ausstiegsszenarien informiert. Seit 30. März bieten wir auch einen Dienst für Hörgeschädigte an. Dass dieses Projekt gelungen ist, das freut uns besonders. Dankbar sind wir den Medien für die Unterstützung. Sie haben nicht nur über unsere Themen berichtet, Sie haben uns auch direkt auf Fernsehen, im Radio und online übertragen. Viele tausende Südtirolerinnen und Südtiroler konnten wir so regelmäßig auf den neuesten Stand bringen. Die Themenschwerpunkte haben sich inzwischen verschoben. Daher werden wir die Corona-Konferenz ab nun nur mehr bei Bedarf einberufen und dies vorher per Presseaussendung ankündigen. Heute wie gewohnt um 17 Uhr die italienische Pressekonferenz. Zur deutschsprachigen begrüße ich inzwischen schon Landeshauptmann Arno Kompatscher und Gesundheitslandesrat Thomas Wiedmann. Sie beide blicken nun auf die bisherige Zeit zurück und dann nach vorne auf das, was uns noch bevorsteht. Bitte sehr, Herr Landeshauptmann. Ja, danke schön. Einen schönen guten Nachmittag auch meinerseits. Das waren jetzt sehr viele solche virtuelle Medienkonferenzen, die wir veranstaltet haben. Auf diese Weise konnten wir die Bevölkerung in dieser besonderen, in dieser herausfordernden und auch einzigartigen Situation, die wir bisher in dieser Weise in Südtirol noch nicht erlebt haben, informieren darüber, was geschieht, was die Landesverwaltung macht in dieser Phase, aber auch was entsprechend die Regeln sind, die es zu befolgen gilt, welches die Vorhaben sind, welches die dann auch die Maßnahmen sind zur Unterstützung der Bevölkerung, der Arbeitnehmerinnen, der Arbeitnehmer, der Familien, der Wirtschaft, insbesondere aber auch was die laufende Entwicklung in Bezug auf die Verbreitung des Virus ist. Wir haben das gemeinsam ein bisschen durchlebt in den letzten Phasen und natürlich mit all den Sorgen, all den Ängsten, den Befürchtungen, aber auch den Hoffnungen, die wir geteilt haben, die wir hier gemeinsam auch darstellen konnten, auch unsere Überlegungen. Und ich darf an dieser Stelle einmal zunächst mich bedanken bei Rai Südtirol dafür, dass das auch live übertragen worden ist, jedenfalls, aber auch bei den privaten TV, Radiostationen, sozialen Medien, Internetseiten, die das mit übertragen haben, bei allen, die ermöglicht haben, dass viele Menschen diese Informationen erreicht haben und dass wir in der Lage waren, so eben auch die Menschen jeweils auf den Stand der Dinge zu bringen. Ich nütze die Gelegenheit aber auch, mich bei den Südtirolerinnen und Südtirolern insgesamt zu bedanken und hier ist es schon die Gelegenheit, dass wir diese Grafik uns anschauen, wie die Entwicklung der positiv getesteten Personen war in den vergangenen Wochen und Monaten. Wir hatten ja natürlich zu Beginn, Anfang März, diese aufgrund der Meldungen, dass es doch einige Urlaubsgäste gegeben hat in Südtirol, die bei ihrer Heimkehr oder nach ihrer Heimkehr positiv getestet worden sind. In einer Phase, wo bei uns selbst in Südtirol nur eine Person positiv getestet war, dann Maßnahmen ergriffen. Sie können sich alle erinnern, wir waren die Ersten in Italien, wir waren auch die Ersten im Alpenbogen, die entschieden haben, gemeinsam mit der Tourismuswirtschaft, dass wir die Wintersaison beenden. Das war zunächst auch umstritten in gewissen Kreisen, aber es war insgesamt mitgetragen, eine sehr verantwortungsbewusste Entscheidung, dass man hier sagt, jetzt gilt es zu handeln, langfristig wird sich das auszahlen, kurzfristig bedeutet das natürlich Einbußen einen Schaden, aber langfristig ist es die richtige Entscheidung, die Gesundheit an die oberste Stelle zu setzen. Und man sieht das ganz genau auch an der Grafik. Wir wissen ja, das ist immer eine zeitliche Verzögerung von 14 Tagen. Wir haben diese drastischen Entscheidungen am 8. März, 9. März Wirksamkeit dann getroffen und dann entsprechend ungefähr 14 Tage später war der Höhepunkt erreicht und ab dann hat sich eine Besserung eingestellt. Das sieht man genau an dieser Grafik. Also für all jene, die heute auch zweifeln, es gibt ja inzwischen viele Verschwörungstheorien und alles Mögliche, alles sei überzogen, diese Grafik ist eindeutig. Genau mit den prognostizierten 14-Tag-Verzögerungen hat der Lockdown die Wirkung erzielt und ab diesem Moment, 14 Tage nach dem, nach den ersten Maßnahmen, der richtige Lockdown ist erst später gekommen, aber genau 14 Tage nach unseren ersten Südtiroler Maßnahmen ist die Kurve dann nach unten gegangen. Und das ist eindeutig, das sind Zahlen, die das deutlich belegen und dann natürlich mit den Schwankungen und natürlich auch mit den dann noch stärkeren Maßnahmen ist auch die Kurve dann deutlicher nach unten gegangen bis hin zu den letzten Wochen, wo sich das Ganze wirklich stabilisiert hat, hin zu einem positiven Trend, kaum noch Neuinfektionen, auch zum Glück kaum noch Todesfälle, eine völlige Entlastung der Intensivstationen und auch der Normalstationen eine deutliche Entlastung, weil eben wir durch diese Maßnahmen in der Lage waren, die Situation in den Griff zu bekommen. Und heute ist es natürlich jetzt für uns, neben diesem kurzen Rückblick, den ich mir erlaubt habe, auch die Möglichkeit zu schauen, okay, das war bisher, das haben wir gemeinsam gemacht, alle zuständigen Landesräte, ob das den Zivilschutz, Landesrat Arnold Schuler, ob das die Gesundheit, Landesrat Thomas Wiedmann, ob das auch die Bereiche der Wirtschaft mit Landesrat Philipp Achhammer oder Sozialen, Waldrat Degg, die Kollegen in der Landesregierung, die natürlich für den Bereich Schule und für alle anderen Bereiche zuständig waren, war aber auch vor allem natürlich die Menschen, die draußen gearbeitet haben, im Gesundheitsbetrieb, in den Sprengeln, in der Basismedizin, in den Altersheimen, in den Pflegeeinrichtungen, in der Tagespflege, die sich täglich hinausgegeben haben. All die Menschen haben dazu beigetragen, dass wir hier heute sagen können, das hat jetzt funktioniert bisher mit all den doch Verlusten und mit den natürlich sehr schwierigen Situationen, die wir erlebt haben, aber insgesamt haben wir es erreicht, eben die Kurve nach unten zu drücken und eine entsprechende Entwicklung herbeizuführen. Und ich schließe damit noch einmal sagen, dank vor allem auch dem Verständnis unserer Bevölkerung, der Südtirolerinnen und Südtiroler, die das ernst genommen haben, die Bürger sind bewiesen haben, sonst wäre das nicht möglich gewesen. Sonst hätten wir noch so viele Entscheidungen treffen können, noch so viele Regeln, wenn es nicht eine absolut überzeugende Mehrheit der Menschen gegeben hätte, die gesagt haben, wir machen hier mit, wir sehen das ein, wir befolgen diese Regeln. So schwer es uns fällt, so unangenehm es ist und so sehr wir unsere Freiheit lieben, wir sind es unserer Gemeinschaft schuldig und das Ganze hat sich entsprechend auch als positiv erwiesen. Jetzt geht es aber daran, dass wir alle verstehen, es ist nicht vorbei. Es ist nicht vorbei, wir tritten in eine neue Phase ein, sind in eine neue Phase eingetreten, wo wir vieles wieder geöffnet haben, mit Einschränkungen noch teilweise, aber vieles auch wieder schrittweise geöffnet wird, wo es aber jetzt heißt, bestimmte Grundregeln weiterhin einzuhalten, was die Hygiene anbelangt, was die Distanz anbelangt, was den Schutz von Mund und Nase anbelangt, damit wir nicht ein zweites Mal hineinkommen. Aber an dieser Stelle darf ich schon das Wort weitergeben an Landesrat Thomas Wiedmann, der uns etwas detaillierter ein paar Zahlen erläutern wird und vor allem auch einen Ausblick, wie werden wir jetzt auch auf Seite des Gesundheitswesens die nächste Phase auch in Bezug, was machen wir jetzt in der Phase 2, Tests und so weiter, auch Vorbereitung der verschiedenen Dienste, wie wir uns jetzt weiter bewegen wollen. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, werter Landesratmann, ich bin sehr froh, dass das jetzt die letzte fixe virtuelle Pressekonferenz ist. Das ist irgendwie symbolisch der offizielle Abschluss der Phase 2 und wir sind ja schon wirklich mitten am Anfang der Phase 2, um die es jetzt geht und die wir wirklich gemeinsam möglichst gut bewältigen werden müssen. Am 24. Februar ist es zum ersten Infektionsfall in Südtirol gekommen. Das sind immerhin gut drei Monate her, also eine sehr lange, sehr intensive, sehr schwierige Zeit. Die Infektionszahlen stiegen ab Anfang März ab rapide an. Am 5. März verzeichnet wir einen neuen Infektionsfall, am 6. und 7. März fünf Fälle, am 8. März 17 Fälle, am 11. März 25 Fälle, am 14. März 41 Fälle und so ist es weitergegangen. Das heißt, dass wir wirklich von Tag zu Tag in eine ungewisse Zukunft geschaut haben und nicht genau gewusst haben, was kommt auf uns zu. Heute sind wir gescheiter, wenn wir wieder zurückschauen. Am 15. März hat wir bei einer Gesamtkapazität von 64 Intensivbetten noch 36 freie Plätze auf Intensivstationen in Südtirol. Das ist relativ viel. Man hätte gedacht, so, wir sind ja relativ gut aufgestellt. Dann kam der 29. März, das heißt nicht einmal zwei Wochen später, der Tag mit der höchsten Anzahl an Neuinfektionen der ganzen Krise mit 123 positiv getesteten Personen. Wir hatten in der Nacht am 30. März null verfügbare Intensivbetten. Das heißt, ab diesem Tag sind teilweise fünf, teilweise acht, teilweise wieder vier, sechs und so weiter Fälle hereingekommen. Sie können sich vorstellen, wie es innerhalb des Gesundheitsbetriebes die Situation war, die Angst nicht bestehen zu können. Und ohne auch Mithilfe benachbarter Regionen, Deutschland, Österreich, Tirol, auch andere Bereiche, wäre es uns nicht gelungen, die Intensivbettenkapazität so im Griff zu behalten. Es hätte dann bedeutet, ähnlich wie in Norditalien, die ersten Covid-Patienten, die nicht in die Intensivstationen hineingehen können, obwohl sie die bräuchten, sondern am Gang im Ort warten müssen. Das haben wir wirklich um Nullbetten genau geschafft und das war vielleicht der Punkt, wo es sich entschieden hat, schaffen wir den Zusammenbruch des Gesundheitssystems zu vermeiden, ja oder nein. Es ist uns dann gelungen, seit dem 5. Mai waren dann schließlich weniger Zahlen, man sieht das an den Grafiken. Ich möchte hier an dieser Stelle nur einige Zahlen nennen, die, soll ich sagen mal, die größten Anhäufungen in verschiedenen Bereichen waren, wie zum Beispiel 1.606 untersuchte Abstriche innerhalb von 24 Stunden am 01.05. Positiv getestete neue Personen, wie schon gesagt, 123 am 29.03. Auf Normalstationen und den großen Saß untergebrachte Covid-19 Personen, 313. Covid-Patienten-Intensivbetreuung 54 plus 11 im Ausland, das heißt 65 bei einer ursprünglichen Bettenkapazität von knapp über 30. Als Verdachtsfälle aufgenommene 79, Verstorbenen in den Krankenhäusern innerhalb von 24 Stunden 9 am 24.03. und am 03.04. Verstorbenen in den letzten 24 Stunden in den Krankenhäusern und Altenheimen am 01.04.40 und geheilte Personen pro einem Tag 420. Und das sind Zahlen, die einem doch zu denken geben, dass es eine sehr, sehr schwierige und intensive Zeit war. Das oberste Ziel war, einen Zusammenbruch unseres Gesundheitssystems wie in der Lombardei zu vermeiden. Wie schon gesagt, wir sind knapp daran vorbeigeschrammt, aber wir haben das Ziel auf jeden Fall erreicht. Und hier möchte ich ebenfalls, wie schon Landeshauptmann Kompatscher gesagt hat, all jenen danken, die rund um die Uhr im Einsatz waren. Es waren viele, viele Tausende in den Altenheimen, an der Front, in der Rettungskette, Hausärzte, Pflegerinnen und Pfleger und vieles mehr. Und ich denke einfach, denen gebührt ein großer Dank, der für die meisten der Bevölkerung ist es jetzt so, dass wir wieder fast in das normale Leben zurückgekommen sind. Ich könnte mir glauben, diese Leute, ich bin gerade heute in Grönen gewesen bei dieser Testserie, die sind noch voll im Einsatz, fast wie in der Corona-Krise. Auch die große Anzahl an Tests, die wir im Vergleich zu anderen Realitäten durchgeführt haben, hat uns dabei geholfen. Wir haben die Kapazität schrittweise auf- und ausgebaut. Am Anfang 30, 50 Tests am Tag, das ist fast nicht mehr glaubhaft, wenn man so sagen will. Mittlerweile am 12. März 200 bis 350 Tests am Tag, ab 17. März 600 Tests am Tag, ab 3. April 1.000 und der Höchstwert war 1. Mai mit 1.606 Tests pro Tag. Südtirol war dadurch wochenlang an erster Stelle aller italienischen Regionen und auch international ganz vorne, was die Anzahl der durchgeführten Tests im Verhältnis zur Einwohnerzahl angeht. Deshalb, liebe Bürgerinnen und Bürger, immer wieder bekommen Anfang, testen, testen, testen. Das ist auch unsere Strategie der Südtiroler Landesregierung, des Gesundheitsbetriebes. Es ist so, dass wir wirklich, was die Tests betrifft, jetzt insgesamt schon ganz vorne als Region Europas waren, mit Tirol, mit dem Veneto und mit dem Trentino, mit Abstand Spitzenreiter, aber mit diesen Tests, auf die ich dann auch noch kurz eingehe, noch weit mehr. Interessant ist ein Blick auch auf die Isolationen, auf die Isolierten und Quarantäne. Wenn man hier sieht, dann hatten wir an einem Tag am 10.04. 781 in Quarantäne befindliche Bürgerinnen und Bürger in Bozen, 191 in Brixen, 181 in Leifers, Brunneck 176, 100 Eppern, 176. Zur gleichen Zeit in Stilfs, Boweis, Tauvers, Laurain, 0. Da sieht man schon die vollkommen unterschiedliche Durchseuchung in unserem Gebiet. Und heute am 28.05. haben nur mehr drei Gemeinden mehr als 20 Personen in Quarantäne. Das heißt Boots mit 93, Eppern mit 25 und Leifers mit 21. Ich denke, hier sieht man schon, dass sie eindeutig jetzt in Phase 2 sind. Zur Phase 2. Wie schon Landeshauptmann Kompat schon angedeutet hat. Wir haben spezifische Testungen schon weitere vorgenommen. 2.709 Tests bei den Mitarbeitern des Weißen Kreuzes. Dort konnten wir zeigen, und ich habe gerade davor eine Sitzung mit Ivo Bonamico, dem Generaldirektor des Weißen Kreuzes gehabt, wo er sagt, er ist sehr froh darüber, dass er zeigen hat können, dass seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, seine freiwilligen Helferinnen und Helfer eben sehr sicher unterwegs waren. Sie sind ja dauernd an der Front, haben dauernd mit Covid-Patienten auch ohne Symptome zu tun gehabt. Und trotzdem hat es dort praktisch nur eine Durchseuchung insgesamt von 8,8 Prozent gegeben und bei den Sektionen in Gröden von knapp über 10 Prozent. Weiters verstärkte Test in den Seniorenheimen. Dort sind zu 100 Prozent bei der Verdachtsfälle sei es die Bewohnerinnen und Bewohner als auch die Pflegerinnen getestet worden. Weiters diese Woche im Sanitätsbetrieb serologische Test, PCR-Test, aber vor allem wichtig in dieser Phase. Die meisten, die jetzt positiv gefunden werden, die wenigen, die noch positiv gefunden werden, sind zum Beispiel gerade jetzt ein Patient, der mit einem Herzinfarkt hereingekommen ist. Er war auch Covid-Patient, weil jeder Patient, der hereingekommt, wird getestet. Das heißt, er ist ein Herzinfarktpatient mit Covid. Ein anderer Patient, der hereingekommen ist, für eine Operation getestet, damit man sich nicht infiziert, ist ebenfalls positiv. Das heißt, es sind nicht mehr die Krankenhausfälle, sondern sie kommen vom Territorium. Das heißt, man steckt sich zu Hause oder in der Freizeit an. Und das ist auch wichtig für die Bevölkerung zu wissen. Deshalb sind wir gerade mit dieser Studie in Gröden am Starten und am Durchziehen. In etwa zehn Tagen werden wir fertig sein, wo 3.000 Testpersonen getestet werden. Weiters parallel läuft diese Studie mit 4.400 Testpersonen in 48 Gemeinden. Und weiters in dem nächsten Fünf-Wochen-Plan werden wir, sei es ein Protokoll für die Unternehmerinnen und Unternehmer, welche Mitarbeiter haben die hinauspendeln und wieder hereinpendeln, Montage in Österreich oder sonst wo sein. Aber vor allem all jene, wenn die Saison bedingt, ungefähr 20.000 bis 30.000 Mitarbeiter und Mitarbeiter in den Gastronomiebetrieben, in den Hotellerien, also im Tourismusbereich, die zu uns herreisen, im Durchtesten, damit wir sicher sind, dass diejenigen, die positiv sind, nicht den Virus einschleusen, sondern dass wir eben die Ansteckungsgefahr so mit minimieren. Ich denke, da sind wirklich viele, viele Herausforderungen, die eben ganz notwendig sind, das heißt testen, testen, testen. Und wenn wir diese, ich sage mal, Testreihen durchgeführt haben, dann sind wir wirklich in Europa mit Abstand jene Region, die am meisten getestet haben wird, dann sind sicher andere Regionen, die uns nachziehen werden. Weiters die Beobachtung. Man spricht über die Immuni-App, über andere Apps und ich kann nur sagen, ganz wichtig ist die Rückverfolgbarkeit. Wie es schon gesagt worden ist, heute ist die Fotografie von 14 Tagen. Wenn wir heute einen positiven Mem finden, dann ist es wichtig, dass wir diese 14 Tage rückverfolgen können. Ich bin zum Beispiel selbst beim Friseur gewesen, dort hat man aufgeschrieben, wie heißen sie und alle jene, die eben dort waren, aufgeschrieben. Und somit wäre das, falls ich positiv heute getestet werden würde, wüsste man, wer dort an diesem Tag gleichzeitig mit mir beim Friseursalon war und somit könnte man das rückverfolgen. Um ein Beispiel zu sagen, warum die Rückverfolgbarkeit so wichtig ist, dass wir dann sofort testen können, isolieren können, damit die Weiteransteckungen unterbrochen werden. Das Letzte, was wichtig ist, unser Wunsch war des Landeshauptmannes, der Regierung, dass man eine Expertenkommission für die Überwachung der Situation der Phase 2 einsetzt. Und das ist sehr, sehr wesentlich. Und wenn ich hier ganz kurz die Namen nenne, der Maria Rosaria Capobianchi, Dr. Mendito Antonio, Professore Andrea Crisanti oder Osama Hamuda oder eben Dr. Herwig Ostermann, Prof. Dieter Kießling, Prof. Dr. Herwig Kollaritsch und so weiter, dann sind das absolut anerkannte, internationale, höchste anerkannte Experten, die wirklich einer Nation würdig wären. Uns war es besonders wichtig, dass wir einmal die Sichtweise unserer nationalen Experten bekommen und aber auf der anderen Seite auch Schweizer Experten, österreichische Experten, deutsche Experten dazunehmen, um auch eine europäische Sichtweise in diese Kommission hineinzubekommen und somit auch das ganze Europa weiß, wie wir testen, wo wir testen und wie die Situation und die Ernsthaftigkeit, mit der wir eben vorgehen, auch dokumentiert ist. Und das war uns sehr, sehr wichtig. Aber als letztes möchte ich einfach noch sagen, der Bevölkerung, wie es schon Landeshauptmann Kompatscher getan hat, bitte helfen Sie uns denn die besten Regeln, die beste Kommission mit den besten anerkannten Experten, die besten Hygienemaßnahmen, die man sich irgendwo, man kann immer noch etwas verbessern, eben vornimmt und festschreibt. Nutzen nichts, wenn Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, nicht mithelfen, diese einzuhalten. Wenn Sie das ernst nehmen, immer wieder in Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern, sagt man, ist das schon so gefährlich, kann ich jetzt nicht einfach mit meinen Freunden feiern gehen. Bitte verhalten Sie sich so immer noch, als ob Sie den Virus in sich hätten, sonst werden wir die zweite Phase nicht optimal überstehen. Deshalb bitte helfen Sie uns, dass wir Sie erfolgreich überstehen. Ein zweiter Lockdown wäre verheerend. In dem Sinn, bitte Hygienemaßnahmen einhalten, bitte Abstand halten, bitte Mundschutz jeder Art und Nasenschutz und dann werden wir die zweite Phase gemeinsam meistern können. Diese Bitte nehmen wir auf und richten Sie zurück mit Bitte um Antwort der Fragen und bitte kurz, denn wir haben ungefähr sieben Minuten. Eine Frage ist aktuell bezogen. Mehrere Landtagsabgeordnete wollen morgen Freitag, mehrere aus Südtirol und aus dem Bundesland Tirol wollen am Trenner eine Pressekonferenz abhalten und sie fordern eine umgehende Grenzöffnung. Eine Forderung, die auch die Landesregierung unterstützt? Ja, zunächst einmal, diese Forderung ist ja nicht neu. Wir haben als Landesregierung natürlich den ständigen Austausch mit den zuständigen Behörden in Österreich, aber auch in Deutschland gesucht und auch gefunden. Ich bin seit Wochen in Kontakt mit den zuständigen Stellen. Wir haben inzwischen ja erreicht, dass einmal klargestellt worden ist, dass die Durchreise für die Gäste aus der Bundesrepublik Deutschland, Urlaubsgäste oder auch andere Personen, die ganz einfach Italien erreichen wollen oder Südtirol erreichen wollen, dass die jedenfalls erlaubt ist, dass es ohne Probleme stattfindet. Man kann durch Österreich durchfahren, um Südtirol zu erreichen, wieder zurückfahren. Die deutschen Bundesländer haben inzwischen ihre Quarantänebestimmungen aufgehoben. Das heißt, es gibt da überhaupt kein Problem. Also jemand, der nach Südtirol will und dann wieder zurück nach Deutschland, hat überhaupt kein Problem damit. Da braucht es auch keine besondere Begründung mehr. Man kann ganz einfach buchen, seine Unterkunft haben und dann hierher kommen und wieder zurückfahren, ohne dass es irgendwelche negativen Folgen hätte. Inzwischen gibt es auch deutliche Signale aus Österreich, dass man steht im Dialog, dass auch in Bezug auf die österreichischen Bürgerinnen und Bürger, denn die betrifft es eigentlich, auch in Bezug auf die Regelungen der Reisen zwischen Italien und Österreich, es noch weitere Lockerungen geben soll. Wir sind hier im guten Gespräch und im Austausch mit dem Außenminister, mit dem Gesundheitsminister, mit dem Bundeskanzler. Es gibt auch von der Europaregion Tirol einen gemeinsamen Beschluss und ich denke, das ist jetzt konkret und wichtig. Das ist wesentlich mehr wert als irgendwelche Aktionen für die Medien. Wir haben gemeinsam als EVTZ, als Vorstand der Europaregion Tirol, Südtirol, Trentino, Landeshauptmann Günter Platter, Landeshauptmann Maurizio Fugatti und ich gestern einen klaren Beschluss gefasst, wo wir die Staaten Österreich und Italien aufgefordert haben, auch die Grenze unmittelbar freizugeben am Brenner gemeinsam. Das ist von Tirol voll mitgetragen und spätestens am 15. Juni soll das erfolgen. Das ist der Beschluss. Das wäre dann auch der Moment, wo die Grenze zum Beispiel zwischen Österreich und Deutschland aufgeht. Heute haben wir die Situation, dass man aus Deutschland nach Südtirol fahren kann ab dem 3. Juni, aber noch nicht nach Österreich. Nur um zu sagen, wenn man das nicht aus Arbeitsgründen oder anderen macht, aus Urlaubsgründen könnte man das nicht. Und deshalb denke ich schon, dass wir inzwischen hier sehr viel erreicht haben, auch im kleinen Grenzverkehr. Deshalb glaube ich, dass diese Aktion am Brenner dann doch eher etwas für die Medien ist und für die eigene Selbstdarstellung, aber eigentlich von den tatsächlichen Entwicklungen, die wir herbeigeführt haben, auf der Entscheidungssebene längst überholt worden ist. Eine zweite Frage richtet sich auf unterschiedliche Aussagen oder Signale, die von der Provinz angeblich gekommen sind. Es sind einerseits, dass die Halstücher und ähnliche Stoffe auch gelten und dann spricht aber eine Verordnung und das Gesetz, das Landesgesetz davon, dass man nur Masken aufsetzen kann in bestimmten Bereichen. Glauben Sie, dass das Land Südtirol noch eine Nachjustierung vornehmen muss in der Kommunikation? Der Journalist stellt zwei weitere Fragen dazu, dass zum Beispiel die Therme Meran den Zugang mit Halstüchern verbietet und dass sogar Masken im Schwimmbad erforderlich sind. Ja, wir haben ja eine Situation, wo Aufklärung ständig Not tut. Das stellen wir täglich fest seit Anbeginn. Ich darf im Vergleich auch mit dem, was ich aus dem Ausland, aus anderen Regionen in Italien erfahre, feststellen, dieses Problem schleppen auch andere mit sich. Es ist immer wieder die Frage, ja, was gilt jetzt, diese Interpretation oder andere? Wir sind ja nicht die Einzigen. Das ist absolut kein positiver Zustand. Hier noch einmal in aller Klarheit, wir haben das auch inzwischen mit den zuständigen Behörden geklärt, dass durch, das vor Nase und Mund geführt wird, das gilt weiterhin als Mundschutz. Das ist auch klar so in der Verordnung. Es steht nichts anderes drinnen. Irgendjemand hat dann irgendwann in der Zeitung was anderes behauptet und dadurch dann jede Menge Verwirrung ausgelöst. Es gab gestern noch einmal die Klärung mit der Questur, mit dem Regierungskommissariat, mit allen zuständigen Polizeibehörden, dass das durch weiterhin gilt für die allgemeinen Regeln. Spezifisch dann für bestimmte Tätigkeiten, ja, für die Bedienung, Servicebereich in der Gastronomie zum Beispiel, dort ist es mindestens die chirurgische Maske, dort ist es was anderes. Genauso beim Friseur ist es dann noch einmal mehr, das ist bei der ausübenden Person sogar auch zusätzlich ein Visier. Dort gelten spezifische Regeln. Allgemein gilt weiterhin auch das Halsduch gilt und wir werden auch noch einmal entsprechend über mediale Botschaften darauf hinweisen. Es ist kein Nachbesserungsbedarf im Gesetz dafür notwendig, denn das Gesetz spricht eine klare Sprache. Hier hat das jemand falsch interpretiert und dann entsprechend damit die Öffentlichkeit auch verwirrt. Wir werden das noch einmal mit der Öffentlichkeit jetzt klarstellen. Das Gesetz spricht eine klare Sprache. Für den normalen Gebrauch, für den Schutz der Bürgerinnen und Bürger, was die Distanz eben oder die Unterschreitung der Distanz von zwei Metern anbelangt, denn ab dort brauche ich ja diesen Mondschutz, gilt auch das Halsduch weiterhin als Schutz, während für spezifische Berufstätigkeiten jeweils das gilt, was dort explizit vorgesehen ist. Wir sind mit der Zeit fortgeschritten. Bitte eine ganz kurze Antwort zur folgender Frage. Das Maßnahmenpaket zur Fahrradmobilität hat das Land angekündigt. Der Markt ist blockiert, weil alle warten, was da kommt. Wann kommt etwas? Also wir haben das Maßnahmenpaket nicht nur angekündigt. Es ist klar, dass zunächst einmal wir schon erfahren mussten, wie definitiv die staatliche Regelung ausschaut. Es kann doch nicht sein, dass wir dann irgendetwas beschließen, das dann im Widerspruch oder verdoppelt oder irgendwie komische Lösungen erzeugt. Und das war ja auf staatlicher Ebene zwar angekündigt, aber noch nicht beschlossen. Deshalb wollten wir zunächst wissen, was finanziert der Staat jetzt wirklich, um gegebenenfalls dann als Land zu ergänzen, wie wir das immer machen und nicht an jemanden doppelt zu bezahlen. Der Landrat bekommt nichts. Das hätten wir riskiert, wenn wir das nicht abgewartet hätten. Und deshalb werden wir jetzt rasch entscheiden als Landesregierung, das auch rasch bekannt geben. Jetzt, wo auch dann Klarheit darüber herrscht, was die staatliche Finanzierung ist. Damit sind wir praktisch am Ende unserer letzten offiziellen, terminlich fixen Landesmedienkonferenz. Ich bedanke mich bei allen, die uns zugehört haben, bei allen, die auch hier im Saal mitgeholfen haben. Immer die Technik im Hintergrund, bei den Medien natürlich, auch für die Geduld, wenn mal was schiefgegangen ist. Auch für uns, das habe ich in der ersten Pressekonferenz gesagt, war es ein Experiment. Und ich glaube, es ist insgesamt gut gegangen, auch wenn ich normalerweise nicht für Selbstlob bin. Einen Abschluss, wie es bei den ersten Pressekonferenzen gewöhnlich war, möchte ich jetzt aber doch dem Landeshauptmann noch überlassen. Nachdem wir sehr eng in der Zeit sind, sehr kurz der Abschluss. Ich wollte mich eben auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier bedanken, beim Landespresseamt, bei allen, die das möglich gemacht haben. Auch diese Sondersendungen, um das so zu nennen, diese Information. Und bedanke mich im Besonderen auch aber beim Zivilschutz noch einmal, die im Bereich der Kommunikation und der Vermittlung eine große Aufgabe übernommen haben. Auch stellvertretend für Landeshauptmann, stellvertretender Arnold Schuler. Das wird auch weiterhin so sein, bis hin zu den Freiwilligen Feuerwehren, also der ganze Zivilschutzorganisationsdienst, der in der Verteilung, aber auch in der Informationsweitergabe natürlich ganz besonders auch hier Dienste geleistet hat. Und abschließend noch einmal Dankeschön an die Südtirolerinnen und Südtiroler für diesen Gemeinsinn, der bewiesen worden ist in Phase 1 und verbunden dieser Dank mit der Bitte, dass wir gemeinsam uns genauso stark erweisen und genauso verantwortungsvoll, auch in der Phase 2. Dann werden wir sehr schnell in der Phase 3 sein und das heißt, Phase 3 heißt dann wieder zurück in ein Leben, wie wir es uns wirklich vorstellen, mit den entsprechenden Freiheiten. Vielen Dank. 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 Tante hesitazioni, anche loro poi hanno intrapreso le misure, però hanno perso troppo tempo e per questo vengono anche molto criticati adesso. Però anche la Svezia nel frattempo ha adottato tante misure restrittive perché si sono resi conto che non si poteva andare avanti come l'ha fatto anche tra l'altro con tanto ritardo l'Inghilterra. Cioè tutti i paesi al mondo hanno alla fine deciso di avere una situazione anche di meno contatti perché era l'unico modo per combattere l'epidemia. Ecco, detto questo ovviamente oggi non è soltanto il momento di ringraziare chi ha lavorato per la mano pubblica, per ovviamente combattere in prima linea l'epidemia, ma per ringraziare anche i cittadini. Io lo vorrei fare in modo molto chiaro e netto che lo sviluppo in alto agio è stato così positivo e lo vedremo poi lo illustrerà ancora meglio l'assessore competente Thomas Wiedmann che è stato così positivo lo ringraziamo soprattutto anche la disciplina al senso civico della nostra comunità dei cittadini lo ringraziamo agli alto tesini e alle alto tesine e qui lo voglio dire in modo molto molto chiaro e netto io credo che una volta ancora una volta in più si è dimostrato che noi siamo davvero una collettività che ha questo senso di responsabilità ovviamente nei confronti anche dell'alto, del vicino, della comunità e io spero che sia così anche in questa fase 2 che adesso andiamo a affrontare la crisi non è superata siamo entrati in una nuova fase adesso dobbiamo convivere con il virus abbiamo riattivato tante attività economiche ma anche stiamo riniziando anche la nostra vita sociale le attività di tempo libero un passo dopo l'altro ci sono ancora le restrizioni ma man mano stiamo alleggerendo la situazione però lo possiamo fare soltanto se continuiamo a rispettare i principi base cioè il distanziamento sociale che portiamo, dov'è il caso la protezione del naso e bocca e soprattutto anche le prescrizioni per quanto riguarda l'igiene soprattutto le mani e la disinfettazione diciamo delle superfici queste saranno ancora per mesi le misure più importanti da osservare e così potremo anche poi speriamo entrare successivamente in una fase 3 però nel frattempo io adesso cedo la parola all'assessore Thomas Wittmann perché lui ci lo starà un attimino un po' più, in modo più dettagliato l'andamento in queste settimane che ci sono state e ci farà anche un po' ci darà qualche indicazione su come intendiamo procedere adesso nella fase 2 Grazie, gentili signori e signori caro Presidente sono molto contento che oggi abbiamo l'ultima conferenza stampa virtuale non perché non la vorrei fare ma perché è un atto simbolico in certo lato che la fase 1 è ufficialmente conclusa questo da un lato dall'altra parte siamo veramente in pieno inizio della fase 2 e questo è anche importante e per quello vorrei fare un attimo un riassunto della fase 1 il 24 febbraio abbiamo avuto il primo caso in Alto Adige oramai tre mesi o sono che non è poco sono stati tempi molto intensivi intensi anche difficili perché mai si sapeva come procedesse invece adesso siamo più intelligenti sappiamo molto di più di tre mesi fa per questo siamo anche un pochettino più preparati da inizio marzo ogni giorno il numero dei nuovi pazienti positivi è cresciuto rapidamente 5 marzo un nuovo caso 4 e 7 marzo 5 nuovi casi 8 marzo 17 nuovi casi 11 marzo 25 nuovi casi 14 marzo 41 nuovi casi sempre così continuava ad alzarsi il numero dei nuovi casi il 15 marzo avevamo 36 posti disponibili sul totale di 64 letti in terapia intensiva poi è arrivato il 29 marzo con il massimo dei nuovi casi registrati 123 nuovi casi in un giorno il mattino seguente ci siamo ritrovati con zero letti liberi in terapia intensiva e questo vuol dire che senza l'aiuto del Tirolo di altre realtà vicinanti non sarebbe stato possibile tenere sotto il controllo soprattutto i reparti medicina intensiva e sarebbe stato automaticamente il collasso del nostro sistema sanitario simile al nord Italia Bergamo eccetera praticamente avevamo zero posti liberi che vorrebbe dire altri pazienti per la medicina intensiva sarebbe stata la logica lasciarli sul comunque non metterli intubati eccetera in medicina intensiva e questo sarebbe stato da catastrofe per fortuna questo non è arrivato perché i pazienti che sono avvenuti giornalmente erano sempre di meno e con questo era sotto controllo l'obiettivo in questa sezione era evitare un collasso del sistema sanitario obiettivo che abbiamo raggiunto anche se a brucia pelo questo si deve dire perché non è stato tanto un mese fa eravamo in quella situazione una situazione dove ovviamente ogni giorno migliaia di persone al fronte hanno combattuto per mantenere la situazione sotto controllo e per questo dobbiamo dire il Presidente l'ha già detto grazie a tutti coloro che lavorano che hanno lavorato e per noi cittadini adesso inizia un pochettino una vita quasi quotidiana vi posso dire appena oggi sono stato in questa serie di test nella Val Gardena per tutti coloro che sono al fronte nel servizio sanitario nei servizi anche degli anziani ma anche tutto quello che Croce Bianca Croce Rossa medici di base anche le farmacie eccetera sono sempre sotto grande grande pressione per quello per loro lavoro con pressione continua cioè è stato questo mantenimento questa soluzione per non avere il collasso è anche stato possibile grazie al grande numero dei test effettuati a confronto di altre ragioni l'abbiamo detto tantissime volte abbiamo esteso la capacità di effettuare test progressivamente passando da 30 40 50 test i primi giorni dell'inizio del marzo a 200 350 test quotidiani dal 12 marzo oltre 600 test a partire del 17 marzo e arrivare a oltre 1000 test al giorno dal 3 aprile per quello un 20 volte tanto come all'inizio per arrivare al massimo il 30 aprile di 1606 test che è veramente un numero notevole in confronto a tante altre realtà veramente un numero straordinario anche qua grazie al laboratorio vorrei dire da qualche dato questo 1606 il primo 5 l'ho già detto il massimo erano 123 29 del 3 positivi nuovi positivi in un giorno sulla covid più normale non intensiva 313 il 10 del 4 covid 19 medicina intensiva 54 in alto adige 11 all'estero in totale 65 casi positivi sospetti 79 in un giorno morti in un decesso in un giorno ospedali 9 ospedali e rsa 40 il primo del 4 e persone che sono sane entro 24 ore 420 il 24 4 questi sono numeri notevoli e ricordano una situazione veramente difficile su questo voglio dire che anche il test hanno aiutato a avere sotto controllo questa fase se faccio vedere adesso questa slide si vedono i comuni dove il 10 del 4 solo a Bolzano c'erano 781 in quarantena Bressanone 191 Livez 181 Brunico 176 Appiano 176 e dall'altra parte Stilfs Provais Curon Laurain tutti zero questo perché la varia nostra si vede la slide veramente erano pochissimi il grado di infezione era molto molto basso e dall'altra parte il 28 del 5 oggi solo 3 comuni Bolzano Appiano e Laives hanno più di 20 persone in quarantena Bolzano 93 Appiano 25 Laives 21 e su questo anche si vede veramente che la situazione è completamente cambiata adesso la fase 2 abbiamo iniziato la fase 2 anche con test scientifici questo per esempio sulla catena della croce bianca croce rossa 2.709 test rapidi dove ha visto un tasso di infezioni di 8,8% su tutte le sezioni normali 10,8% sulla sezione della Val Gardena un aumento dei test nelle residenze per gli anziani abbiamo anche testato tantissimo presso i collaboratori dell'azienda sanitaria più di 4.000 più di 6.000 tra anziani e collaboratori nelle residenze per gli anziani adesso stiamo abbiamo iniziato abbiamo già fatto 6-700 test nella Val Gardena dove continueremo fino ad arrivare a 3.000 abbiamo iniziato appena adesso di testare questo progetto dell'Ista dell'Astat 4.400 persone entro le prossime due settimane in 48 comuni per questo abbiamo inoltre una strategia per le prossime 5 settimane dove abbiamo aumentato la capacità dei PCR da 1.606 che era il massimo all'epoca fino a 2.500 test quotidiani e non solo abbiamo anche aumentato i test eologici di laboratorio dai 3.000 ai 5.000 più o meno alla settimana e con questo veramente siamo in una realtà di test maggiore in confronto a tutte le realtà europee e questo per noi molto importante per sorvegliare la situazione anche di poter reagire istantaneamente per esempio se di nuovo Selva Val Gardena ci fossero dei casi nuovi subito dentro 2-3 giorni sarebbe possibile di testare tutta la popolazione e dopo di prevedere le misure che saranno necessarie secondo molto importante anche la sorveglianza tramite app ma non solo anche tramite dei protocolli per esempio da parrucchieri che già avviene ma forse se è possibile anche nei ristoranti alto perché questo è importantissimo se io fossi positivo oggi è quasi impossibile capire chi e dove ho avuto contatto le ultime 14 giornate per quello anche un'app i Muni stanno testando c'è una fase di test nelle prossime due settimane e dopo dovremmo anche implementare un'app sempre a base volontaria perché questo è importantissimo per poter sorvegliare non solo abbiamo anche installato una commissione una commissione che è stata soprattutto voluta anche dal presidente per portare dentro varie visioni abbiamo Maria Rosaria Capobianchi direttore del laboratorio virologia Spallanzani Menditti Antonio biostatista professor Andrea Crisanti il consulente anche di Luca Zaia dottor Osama Hamuda uno dei capo virologi a livello internazionale del Robert Koch Institute abbiamo un professore universitario dottor Herwig Osterman uno svizzero uno austriaco professor Kollarich e professor Kisling che sono esperti di fama internazionale così abbiamo portato una visione nazionale ma anche una visione europea perché siccome siamo un paese limitrofe confinante e tanti altri paesi è anche importante che anche gli esperti di quelle realtà sappino cosa facciamo gli sforzi per veramente tutelare e monitorare la nostra situazione e questa è la situazione al momento ma lasciatemi fare un ultimo appello perché il presidente l'ha già detto ma tutti noi parlando con la cittadinanza sentiamo ma veramente dobbiamo mantenere la distanza ma veramente non possiamo festeggiare come mezz'anno fa eccetera e vi chiedo per favore le regole migliori la commissione migliore d'esperti i maggior test del mondo non possono aiutare a sopravvivere positivamente la fase 2 se la cittadinanza non rispetta le regole distanza sempre il naso e la bocca se possibile e se necessario di coprirli lavarsi le mani regolarmente e sempre mantenere un atteggiamento come ognuno di noi forse positivo e questo è importantissimo se la cittadinanza ci aiuta sono sicuro che anche la fase 2 riusciremo a diciamo viverla positivamente e veramente tornare al normale questo vi chiedo e dico già grazie ringrazio l'assessore vorrei fare un ultimo accenno a quanto sia stato utile in questa fase ovviamente anche l'informazione ai cittadini e quanto era necessario abbiamo come ricordate istituito questo numero verde al quale sono arrivate niente meno di 39.904 chiamate e a tutte queste chiamate bisognava dare una risposta io qui ringrazio anche il personale che è stato impiegato in questo servizio dove si siamo riusciti a dare le risposte alle tante domande richieste che ci hanno fatto i cittadini e si vede anche diciamo lo sviluppo ovviamente c'è stato un picco all'inizio e poi comunque diverse situazioni collegate anche dobbiamo dirlo alle varie ordinanze che si sono susseguite dove ovviamente c'era sempre bisogno anche di un'ulteriore informazione ci sono state 2 milioni 277 mila visualizzazioni del sito internet che in merito al coronavirus anche questo servizio sicuramente ha trovato una grande utenza grazie anche a coloro che hanno reso possibile questo servizio continueremo a dare informazioni sia sulla pandemia stessa sul virus sulle regole ma in futuro sempre di più ovviamente anche sui sostegni che la provincia pone in essere che sono già in essere che ci saranno ancora perché sappiamo che in aggiunta a quello che si sta facendo a livello statale noi dobbiamo assolutamente anche sostenere le famiglie i lavoratori ma anche le aziende in questa fase che arriva adesso che è la fase 2 e anche la fase 3 perché sappiamo che la situazione per l'economia sarà difficile quest'anno ma forse sarà ancora più difficile l'anno prossimo ma noi ci stiamo preparando adesso a dare una spinta all'economia locale per poter superare bene anche questa fase critica adesso se è possibile passiamo alle domande dei colleghi ne sono arrivate parecchie per cui se è possibile dare anche delle risposte concise se è possibile una prima dice domani venerdì numerosi consiglieri provinciali dell'Alto Adige ma anche del Tirolo terranno una conferenza stampa al Brennero per chiedere l'apertura del confine è una richiesta sostenuta anche da parte della giunta provinciale la giunta provinciale da settimane ha lavorato per questo obiettivo noi siamo riusciti a creare adesso anche una situazione piuttosto positiva innanzitutto bisogna dire che col 3 giugno l'apertura dei confini è deciso dal governo italiano perché prima comunque non era possibile fino al momento dove l'Italia non aveva deciso di voler aprire i confini non aveva neanche senso chiederlo agli altri paesi europei nel 3 giugno già sarà possibile l'arrivo in Alto Adige delle persone che arrivano dai paesi europei dalla Germania dalla Svizzera dalla Francia anche per trascorrere le ferie o per altro motivo senza che con questo fosse collegato una grande difficoltà perché le persone possono transitare per l'Austria possono viaggiare in macchina attraversando l'Austria per arrivare qui in Alto Adige o diciamo anche in altre regioni in Italia e stiamo lavorando anche per una decisione del governo austriaco che riguarda anche poi l'Austria stessa diciamo che questa apertura valga anche per l'Austria e già ieri abbiamo deciso all'interno all'Eureggio assieme ai presidenti Fugatti e Platter proprio una risoluzione una risoluzione dove abbiamo chiesto all'Austria e all'Italia di porre le basi necessarie per un'apertura totale del confine nell'immediato e al più tardi il 15 giugno 15 giugno perché è la stessa data dove si prevede anche la completa liberalizzazione dei confini tra Austria e Germania l'Austria ha diciamo un approccio piuttosto restrittivo anche nei confronti della Germania bisogna dire e noi vogliamo che allo stesso momento quando si apra verso la Germania da parte dell'Austria che questo sia fatto anche verso l'Italia è importante ricordare che comunque i tedeschi già possono transitarre possono arrivare in Italia e perciò io ritengo questa azione che è prevista più un evento mediatico da parte dei consiglieri perché diciamo si chiedono le cose che ormai sono già state concordate sia a livello dell'Euregio ma anche a livello internazionale e aggiungo una cosa l'Euregio in questi mesi ha avuto un grande diciamo anche ruolo nel affrontare la crisi ricordo e l'abbiamo visto ieri i posti di terapia intensiva messi a disposizione del Bundesland Tirol a nostro favore erano fondamentali e li sono visti nel grafico prima per risolvere la situazione che era davvero drammatica nel nostro caso le videoconferenze settimanali che abbiamo fatto ma soprattutto le riunioni quotidiane che sono state fatte nella task force all'interno del Reggio per scambiarsi informazioni strategie e quant'altro e perciò noi abbiamo già fatto altri andranno a fare l'evento mediatico grazie un'altra domanda ferma nelle campagne informative della provincia si continua a dire che scaldacollo e altri tessuti a trama fitta sono equivalenti alle mascherine come protezione di naso e bocca per semplici cittadini però nell'ultima delibera nella legge provinciale dell'8 maggio si indicano solo le mascherine come protezione delle vie respiratorie non ritiene che sarebbe opportuno modificare le normative e adeguarle a quanto comunicato dalla provincia tramite altri canali e poi sempre collegato a questo alcuni esercizi commerciali come le terme di Merano vietano l'accesso a chi porta solo scaldacollo e sempre le terme di Merano impongono addirittura l'uso della mascherina in piscina e cosa ritiene opportuno dire a riguardo colgo l'occasione per ripetelo ancora una volta la normativa provinciale parla chiaro e indica lo scaldacollo altro tipo di protezione di naso e bocca la mascherina o altro come il metodo utile e anche adeguato per proteggersi quando ci si avvicina a altre persone che non convivono con una persona nello stesso appartamento cioè a una distanza inferiore a due metri bisogna utilizzare uno di questi dispositivi e va bene anche lo scaldacollo e questo è scritto chiaramente nella norma qui qualcuno ha fatto un po' di confusione poi perché ci sono delle attività economiche ci sono le attività professionali dove è richiesto un altro tipo di professione e lì vale la regola quelle preesistenti alla pandemia all'epidemia dove abbiamo le regole specifiche per determinate attività il medico chirurgo sempre doveva già avere un dispositivo per determinate attività altre continuano a valere mentre tutte le regole collegate al coronavirus sono quelle provinciali che bisogna osservare e nessuna altra questa è chiara alle forze e alle ordine chiara a tutti noi e va bene anche lo scaldacollo ma anche la regola provinciale per determinate attività anche in questa fase prevede dei dispositivi specifici questo vale per esempio per il camariere dove invece il scaldacollo non basta dove bisogna usare la mascherina chirurgica o per esempio il parrucchiere il barbiere dove oltre alla mascherina chirurgica c'è anche bisogno della visiera ecco queste sono le regole e queste vanno osservate e non va affatta confusione un'altra domanda quando verranno testati i docenti che da due settimane effettuano il servizio d'emergenza nelle scuole e anche i bidelli e il personale di segreteria su quello anzi stiamo preparando in quel senso che abbiamo duemila test proprio per questo PCR praticamente per tutto il personale negli ospedali nelle RSA medici di base anche in un certo senso delle senale azioni dei medici di base dove ci sono dei casi sospetti eccetera e dall'altra parte anche in quello delle scuole inizieremo perché soprattutto tutto quello che viene cambiato come personale è importante che venga testato e questo è stato concordato da una parte dall'altra parte si deve impedire uno al momento il PCR gold standard è l'unico che è veramente validato se uno è positivo non positivo o è veramente da non più isolare dall'altra parte naturalmente ci sono sempre dei nuovi test sul mercato come test rapidi antigene test rapidi appena avvenuti test rapidi anticorpo e non solo ma anche quelli serologici per esempio in Valgadena vengono testati assieme per avere anche ancora dei valori ancora più esatti e questo non so come spiegare solo un test anticorpo farlo anche una settimana dopo un'altra settimana porta poco per esempio se una è positiva sarà positiva anche la prossima settimana allora si devono cambiare test per questo questo è anche un protocollo abbastanza complicato non è solo testare e dopo è tutto a posto un'altra domanda questa mattina c'è stato un incontro con il CAIL a VOS per i rifugi ci sono delle novità chiedono come si comporterà un rifugio nel caso in cui arrivino più persone del consentito a causa del maltempo sì ovviamente questo è stato uno dei temi affrontato nel incontro odierno con i gestori dei rifugi e i rappresentanti di CAI e AFAES ed è chiaro il rifugio innanzitutto è rifugio e cioè vuol dire in una situazione di rischio temporale e quant'altro tutte le persone possono rifugiarsi ci mancherebbe però ovvio che in questa situazione poi ci saranno le persone a una distanza inferiore diciamo di quella prevista dove si possono anche togliere le mascherine allora si lasciano su le mascherine ovviamente la protezione però ovviamente ci si può rifugiare nel rifugio ci mancherebbe e questo è una logica che va seguita noi abbiamo oggi condiviso anche che comunque ci saranno circolari ancora per i gestori dei rifugi che spiegherà anche tutti gli altri comportamenti per il resto vigono le regole generali per esempio per la ristorazione vigono le stesse regole che rigono anche per gli altri ristoranti e ci sono poi delle norme specifiche ovviamente per i rifugi per le situazioni specifiche che si trovano in montagna Altro tema chiedono quando entrerà in vigore il pacchetto di misure a favore della mobilità con la bicicletta il mercato al momento appare bloccato e non è chiaro se sia possibile avere anche un sostegno retroattivo sì noi innanzitutto dovevamo attendere un attimino quello che era la decisione definitiva a livello statale perché volevamo evitare diciamo doppioni magari dare due volte un contributo a una determinata categoria e non darlo neanche a un'altra categoria perciò bisogna vedere in modo definitivo la decisione a livello statale adesso abbiamo pronto anche le norme che dovranno però essere anche verrate dal Consiglio Provinciale le norme che noi abbiamo preparato prevedono una contribuzione anche retroattiva perché non vogliamo che sia bloccato il mercato perciò noi proponiamo che quelle regole poi diciamo di contribuzione valgono anche retroattivamente per acquisti già fatti ovviamente dietro documentazione adeguata cioè la fottura saldata sarebbe l'ultima domanda secondo un'importante fondazione scientifica la situazione in Lombardia sarebbe più grave di quella dichiarata la provincia di Bolzano non teme di accogliere i turisti lombardi è un dibattito che seguiamo con grande attenzione ovviamente anche ieri ho potuto sentire i colleghi delle altre regioni perché quasi giornalmente ci vediamo anche in videoconferenza il governo ha annunciato di voler decidere in questi giorni se l'apertura dei confini regionali la mobilità interregionale in Italia vale poi a partire dal 3 giugno per tutte le regioni o se rimangono escluse qualcune soprattutto ovviamente si ipotizza la Lombardia la decisione sarà presa dal governo nazionale perché è competenza il governo nazionale in base alle indicazioni dati anche dall'Istituto Superiore per la Sanità e ai dati diciamo aggiornati che ci saranno prima delle decisioni ecco attendiamo questa decisione e in base a questa la situazione sarà quella e ci sarà l'apertura o non ci sarà come detto questa era l'ultima domanda non so se da parte del Presidente o dell'Assessore si vuole aggiungere qualcosa grazie io chiudo un'altra volta ringraziando tutti ma anche soprattutto i giornalisti qui in casa i nostri collaboratori che hanno fatto tutto il possibile anche di più per poterci dare la possibilità di comunicazione in questo modo e ringrazio ancora i cittadini per quello che siamo riusciti tutti assieme a fare nella fase 1 i risultati ci dimostrano che c'è stato grande senso civico grande senso di responsabilità e speriamo che così sia anche per la fase 2 e così se è così potremmo anche entrare poi molto presto in una fase 3 che vuol dire ritornare alla vita che vogliamo vivere tutti assieme alla vita normale ecco allora con queste parole del Presidente chiudiamo la conferenza stampa di Erna e vi ringraziamo per la vostra cortesia attenzione arrivederci e grazie grazie a tutti Untertitelung des ZDF, 2020